Liebe RGA-Leserinnen und Leser, ich freue mich ganz dolle, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass am 29.04. ab 19 Uhr der erste RGA-Gesundheitscampus stattfinden wird mit tollen Expertinnen und Experten. Und ja, ich bin wohl einer davon. Ab 19 Uhr bis 19.30 Uhr versuche ich Fragen zu beantworten. Wie komme ich fit und gesund durch diese Pandemie? Und das Beste an der ganzen Geschichte, Sie können mitmachen, indem Sie nämlich schon im Vorfeld Ihre Fragen schicken an marketing-at-rga.de. Wir versuchen natürlich dann so viele Fragen wie möglich zu beantworten, um Klarheit und Transparenz zu schaffen. Und danach geht aber der Veranstaltungstag noch weiter und es sind wirklich tolle, tolle Expertinnen und Expertinnen dabei. Also es wird ein ganz, ganz spannender Abend werden und ich würde mich natürlich freuen, Sie ganz zahlreich begrüßen zu dürfen. Also wir sehen uns am 29.04. bleibt gesund und mir gewogen, euer Doc Esser. Tschüss.